Es bedeutet für mich eine Verpflichtung, dass Menschen, die etwas bemerken, etwas wissen, etwas zu sagen haben, dass sie das auch tun und dass sie da auch die Öffentlichkeit nicht scheuen, dass sie die Debatte nicht scheuen, natürlich auch die Kritik nicht scheuen, sondern dass sie den Mut finden, zu der eigenen Position auch zu stehen und sich in die Auseinandersetzung zu begeben, gerade auch im Hinblick auf das Erstarken der populistischen Bewegungen und Parteien ist es, glaube ich, wichtiger denn je, sich da einzumischen und auch zu zeigen, dass man etwas zu sagen hat und dass nicht nur die, die besonders laut schreien, gehört und gesehen werden, sondern dass alle, auch die nachdenklicheren, intellektuelleren, ruhigeren Menschen, die sich vielleicht auch überwinden müssen, um sich einzumischen, jetzt gefordert sind, das zu tun. Vielen Dank.